Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zur Fortsetzung meiner Aquaman-Reise. Dies hier wird das vorerst letzte Video, bevor wir wieder eine Pause einlegen, denn wir sind heute bei den letzten beiden Peter-David-Aquaman-Heften angekommen. Nummer 46 und 47 sind das Ende der Reise mit Peter-David, danach folgen noch 48 und 49, die Dan Abnett geschrieben hat. In allen vier Heften hat Jim Calafiore gezeichnet. Also man hat einen kurzen Filler-Arc von Dan Abnett, der dann den Übergang zu Eric Larson bereit macht. Das Ganze kam mir ein bisschen merkwürdig vor. Ich meine, klar, irgendwann tauschen auch mal die Kreativen bloß hier war das so heavy mit Nummer 47. Nummer 47 hat sich für mich irgendwie nicht richtig angefühlt und auch wenn ich die beiden Hefte hier gelesen habe, irgendwas war falsch. Ich habe auf den Leserbriefsseiten gesucht, auf den Redaktionsseiten, gibt uns da irgendwas, einen Hinweis auf das Ausscheiden von Peter-David. Das fühlte sich nicht richtig an und dort wurde gar nichts erwähnt. Das war für mich ein leichtes Alarmsignal. Deswegen habe ich direkt mal gegoogelt und dort hat man auf der Wikipedia-Seite von Peter-David gefunden, dass es irgendwie zu kreativen Differenzen kam. Okay, aber mehr hat man im Netz nicht gefunden. Jetzt habe ich mich aber ein bisschen bemüht, denn das habe ich nicht auf mir sitzen lassen. Und tatsächlich, ich habe was gefunden, denn ich habe ja vom lieben Robert mal diese Back-Issue-Ausgabe zu Aquaman und so gut wie allen Ages an Aquaman bekommen. Und hier hat sich tatsächlich was gefunden, denn die Zeit um Peter-David mit Jim Calafiore und alles, was da vor und danach gespielt hat, die ist hier wunderbar abgebildet. Und es gibt einen kompletten Absatz, wie damals die Planung von Peter-David gewesen wäre, hätte er über die 47 hinausgeschrieben. Und das las sich super interessant. Es kam zu Unstimmigkeiten mit seinem Editor Kevin Dooley und dementsprechend haben sich die beiden zerstritten. Ja, DC hat diesen Titel auch immer unter den, ich sage mal, Top-10-Titeln bei DC grundsätzlich gesehen, was wohl nicht immer der Fall war, auch wenn sie wussten, dass es eine Top-Serie war. Aber insbesondere dieser Kevin Dooley hatte halt andere Vorstellungen für Aquaman und die waren aus Peter Davids Perspektive widersprüchlich und das kann ich nachvollziehen. Auf der einen Seite wollte Aquaman als wirklichen Anführer des atlantischen Volkes darstellen, auf der anderen Seite wollte er viele Aquaman-Solo-Abenteuer, was sich natürlich ein wenig beißt. Viele politische Themen einbauen, wo er auf der anderen Seite aber weniger Atlantis selbst thematisieren wollte und Atlantis hier, besonders Poseidon ist, ist halt das politische Zentrum der Aquaman-Geschichte, so wie Peter David es seit wahrscheinlich den Atlantis Chronicles ganz zu Anfang aufgezogen hat. Natürlich kann ich das total nachvollziehen. Und was dann letztendlich ausschlaggebend war, dass Peter David von sich aus auch gesagt hat, ich schmeiß das hier hin, ich mach das nicht. DC war ja in dieser Zeit dafür bekannt, die großen Helden zu töten. Junge Helden, eine neue Generation durfte in die eigentlich altbekannten Kostüme schlüpfen. Nightwing, Dick Grayson wurde Batman, wir hatten Connor Hawke, der Green Arrow wurde, Kyle Rayner wurde Green Lantern und so wollte Peter David tatsächlich auch Aquaman gegen Triton in dem Triton-Arc wirklich dauerhaft für mehrere Jahre sterben lassen, sodass Tempest die Rolle des Aquaman ausfüllen kann. Es hätte total Sinn ergeben in dem zeitlichen Kontext. Und ja, es war ja auch alles vorbereitet. Jetzt hätte man wahrscheinlich einen zauberhaften Koriak gegen Tempest-Arc bekommen. Das war ja auch noch der andere Plot, dass Vulko unbedingt Koriak auf den Königsthron bringen wollte. Und Tempest war jetzt aber von Aquaman vorgesehen. Und das wäre so der weitere Weg gewesen. Außerdem sollte Aquaman dann Jahre später als Wasserelementar zurückkommen, so wie es bisher Nayat war, die wir in Aquaman 7 und 8, bin ich der Meinung, gesehen hatten. Die hinten raus im Dan Abnett Filler-Arc, kann man zwei Hefte einen Arc nennen, ich weiß es nicht, auch nochmal für eine Paralleldimension thematisiert wird. Also, ich sehe hier die Ansätze total. Und das Abschiedsgeschenk von Peter David ist es nun gewesen, dass er Aquaman zwar wieder lebendig macht, über den Weg in, oder zu Hades, in den Tartarus. Und hier merkt man auch so ein bisschen, dass Peter David da ordentlich was quer saß. Denn das ist auch grundsätzlich eine Geschichte, ein Ansatz. Ich meine, dieses Mythologische wird immer schon so ein bisschen in Aquaman thematisiert. Über Atlantis, über Poseidon, eine Götterfigur aus der griechischen Mythologie. Natürlich, das war alles immer dabei. Und hier scheint Aquaman jetzt aber sehr respektlos gegenüber dieser ganzen großen Mythologie zu sein, wo Peter David eigentlich ein riesengroßer Fan von ist, sowas mythologisch-religiöses immer mal wieder aufzugreifen. Das hat er in seinem Arc der Selbstfindung gemacht. Das hat er hier immer mal wieder durchklingen lassen, dass er da total drauf steht. Und sowas formuliert er eigentlich total aus. Dieser Besuch im Tartarus und der Besuch bei Hades und Poseidon zu befreien, Triton die Macht zu nehmen, die er ja von Poseidon durch das Töten seines Vaters hatte, dieser Arc kommt mir extrem kurz vor in einem Heft. Und das ist natürlich auch dadurch begründet, dass Peter David abgezogen wurde, beziehungsweise hingeschmissen hat bei der Serie. Na klar, das wäre sonst ideal dafür gewesen, dass du wieder, wie bei der Selbstfindung, vier, fünf Hefte investierst, um hier Aquaman in der Unterwelt auf der Suche mit der Befreiung, mit der Missionbefreiung Poseidons irgendwie darzustellen. Das wäre klasse gewesen. Hier klappern wir halt alles ab. Charon den Fährmann, Cerberus, alles mögliche in einem Heft. Und dann schlägt der Charon einfach den Kopf ab, wo du so denkst, das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber ich kann es in dem Fall irgendwo verstehen, wenn du deine Vorstellung, die du hast, und die absolut zeitgemäß gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt, wenn du die einfach nicht umsetzen darfst und dir dauernd gesagt wird, nee, nee, so machst du das nicht, dann haust du halt hier auch mal ordentlich auf die Kacke und übertreibst vielleicht, ich sag's mal auf gut Deutsch, scheißt mal ein bisschen rein bei der Serie. Ich kann Peter David da absolut verstehen. Und dann hatte ich ja, und jetzt zeige ich euch einen Auszug aus einem älteren Video von mir bezüglich des AJ-und-Mera-Arcs damals. Also ich dachte teilweise, will er uns jetzt verarschen, das ist doch bewusst schlecht geschrieben. Sowohl vom Pacing, als auch von der Charakterisierung einiger Personen hier in dieser Geschichte. Meist ist es Mera, denn Mera taucht wieder auf. Und auch AJ, Arthur Jr., schon wieder ein Sohn von Aquaman. Jain, Jain, vielleicht, man weiß es nicht, es wird uns nicht ganz erklärt. Und ich glaube, der wird auch schon wieder verbannt innerhalb dieser Story. Also wir gehen da gleich näher darauf ein, das ist Wahnsinn, was hier mit den Charakteren Mera und AJ, die ja, wissen wir auch aus der letzten Volume, bei Thanatos gefangen waren, wie Peter David mit diesen umgeht. Ja, ist wirklich krass. Und genau hier bin ich der Meinung, Peter David gibt einen Scheiß auf die beiden. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob er dazu gezwungen wurde, diese Story zu Ende zu schreiben, aber ihm liegt überhaupt gar nichts an diesen Charakteren. Er stellt sie so unsympathisch dar, so negativ und lässt sie dann einfach verschwinden. Mal gucken, wann wir die wiedersehen. Da hatte ich ja gesagt, dass das hier ein Erbe war aus der McLaughlin Volume, wo Peter David eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Er verbannt Mera und AJ wieder. Und ich habe das Gefühl, dass er hier ein faules Geschenk zurücklässt, indem er den Silver Age Aquaman, welcher hier ein gealterter AJ ist, ein Arthur Jr., und Mera wieder in den Plot zurückbringt. Und das ist der Cliffhanger, den wir dann zu Abnett haben. Nun gut, das sind Figuren, die haben Peter David gar nicht gelegen. Die hat er auch nicht schön, nicht glaubhaft, nicht angenehm charakterisiert und uns quasi an die Hand gegeben. Jetzt ist natürlich die Frage, wollte er diese unangenehmen Charaktere, die wir wirklich nicht gut in Erinnerung haben, dem Dan Abnett hier oder seinem Nachfolger, egal wer es ist, aufs Auge drücken? Oder hat er gesagt, okay, dann bitte fast mein Plot, so wie ich mir gedacht habe, aber nicht weiter an und tut jetzt wieder was mit den alten klassischen Figuren, dass ihr euch quasi abgrenzt von mir. Und war das trotzdem, ich sag mal, im guten Willen hier überlassen. Das ist so die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Es könnte in beide Richtungen gehen. Dazu stand jetzt leider nichts in der wirklich sehr, sehr hilfreichen Backissue-Ausgabe zu Aquaman Nummer 108. Aber das ist halt so ein Thema, wo ich sage, könnte beides sein. So ein kleiner Racheakt an DC hätte doch auch was ganz Nettes aus Peter Davids Perspektive hier. Dementsprechend wird die Charakterentwicklung von Peter David natürlich auch nicht mehr sonderlich vorangetrieben. Es gibt einen für mich ganz interessanten Moment. Poseidon und Aquaman sind zurück aus dem Tartarus. Triton hat dementsprechend seine Poseidon-Kräfte verloren. Ist wieder ein ganz normales Götterwesen, was auf Augenhöhe mit Aquaman steht. Und nun hat Aquaman die Möglichkeit, ihn wiederum zu erstechen, so wie Triton es mit ihm und Poseidon getan hat. Und nun gibt es zwei Charaktere, die ihn davon abhalten wollen. Poseidon, denn der will seine eigene Rache an seinem Sohn. Das passiert dann auch. Natürlich Tempest, der nicht sehen will, dass Aquaman in alte Verhaltensmuster zurückfällt, indem ihn die Wut überkommt. Der Zorn wie der Oberhand gewinnt, denn dann haben wir keine Charakterentwicklung, dann haben wir nichts, woraus wir oder Aquaman gelernt haben. Nur Dolphin, die sagt, erstich ihn. Und das ist vielleicht auch einer der Punkte, wo man sagen kann, es ist gut, dass dieses Aquaman-Dolphin-Bündnis vielleicht zerbrochen ist. Die können hier ganz normal miteinander quatschen mittlerweile. Man merkt immer noch, da war mal was, aber mittlerweile sind sie schon distanziert und reflektiert bezüglich ihrer Beziehung, ihrer ehemaligen Beziehung. Und das ist sowas, das hätte Aquaman wieder nicht gut getan. Deswegen ist es besser, dass er hier auch wieder mit einer deutlich veränderten Mera später anbandelt. Und das ist halt eine Mera, die wir plötzlich auch ernst nehmen können als Königin an seiner Seite, die aber vielleicht wieder ein wenig zu emanzipiert für ihn mittlerweile ist. Durch das Alleinsein in der anderen Dimension, durch das Anführersein, was sie jetzt gelernt hat, diese Anführer, diese Führungsfähigkeiten auch. Sie ist eine stark emanzipierte Frau, die für sich allein Dinge regeln kann und braucht sie den König überhaupt an ihrer Seite. Kann sie nicht einfach eine eigenständige Anführerin des atlantischen Volkes sein? Und das wird jetzt auch so die Richtung sein, in die wir mit Eric Larson wahrscheinlich gehen. Denn ich weiß nicht, warum Dan Abnett hier nur zwei Hefte bekommen hat. Keine Ahnung, vielleicht waren wir mit Eric Larson, der davor an Savage Dragon dran war. Sechs Jahre lang bin ich der Meinung, wurde geschrieben in der Bag Issue. Dass man da noch nicht ganz klar war oder dass man gesagt hat, okay, in zwei Monaten startest du, jetzt brauchen wir erstmal noch ein Backup. Denn dann wurde auch Jim Calafiore abgezogen. Nach den beiden Heften hier bin ich der Meinung, habe ich gelesen. Und das würde dann nur Sinn machen. Dann hätte man aber tatsächlich wirklich ein gut vorbereitetes Paket für Eric Larson. Also da kannst du eigentlich kaum mehr was falsch machen. Also mal davon abgesehen, dass das Aufeinandertreffen von unserem Aquaman und dem Silver Age Aquaman, der es hier erstmal für unser Auge, für das Auge des Lesers ist, was sich später als AJ, sein vielleicht Sohn herausstellt, dass das erstmal ein Plot ist, wo man sich denkt, aha, okay, zumindest interessant, ja. Und warum kloppen wir da beide aufeinander ein, wenn beide grundsätzlich wissen, dass sie ein und dieselbe Person sind? Da passt irgendwas wieder gar nicht. Natürlich heißt es dann, du bist hier ein Nachahmer, du bist nicht der echte, ich bin der echte. Und unser Argument, den wir über diese ganze Volume verfolgt haben, natürlich, den kennen wir mittlerweile, der haut auch gerne mal schnell zu. Diese Storyline, wie wir überleiten, die ist nicht wirklich gut von Dan Abnett. Aber Dan Abnett holt dann alles mit der 49 raus, denn das ist ein wirklich sehr, sehr gelungenes Heft. Weil wir haben den Hauptcast wieder komplett in Poseidonis und wir starten mit jedem Charakter separat, aber es ist grundsätzlich immer derselbe Plot. Wir wachen auf, denn wir haben ein Albtraum-Motiv, was auf einer Seite zusammengeschrieben ist. Und dieses Albtraum-Motiv ist etwas, was wir schon oft hatten in der Arquaman-Volume, hauptsächlich am Anfang. Ich bin der Meinung, auch in der Sean McLaughlin-Volume schon. Das war ein ganz großes Ding am Anfang unserer Reise. Und jetzt wird es nach vielen, vielen Ausgaben wieder ausgepackt. Und es sind immer noch dieselben Albträume. Arquaman hat damals oft von Mera geträumt. Und das, was er mal hatte, was ihm genommen wurde, unverschuldet, das kommt jetzt auch wieder zum Zuge, dass Mera ihn vielleicht gar nicht braucht und abweist. Und genauso hat Mera zum Beispiel Angst, dass Arquaman's Seite hier wieder, dunkle Seite, überhand gewinnt und ihr vielleicht enorm schadet. Und dementsprechend ihr Platz an seiner Seite gar nicht das Richtige ist. Obwohl die beiden natürlich wissen, dass sie grundsätzlich füreinander gemacht sind. Tempest wacht schweißgebadet auf. Er ist ja Stellvertreter von Arquaman als Anführer des Volkes, wenn der nicht im Poseidonis ist. Und der Machtkanalysator der drei Zaktritons, das einzige Überbleibsel aus diesem Ark eigentlich, das schnappt er über. Diese Macht kann er nicht kontrollieren, die ist zu viel für ihn. Und plötzlich brennen ein paar Sicherungen bei ihm durch. Davor hat er Angst. Choriak wiederum hat Angst, dass er nicht wertgeschätzt wird, dass über ihn gelacht wird, dass seine Wertigkeit einfach nicht wahrgenommen wird. Und dementsprechend muss er sich jetzt natürlich selbst profilieren und jetzt oder nie die Möglichkeit ergreifen, die Macht ergreifen, auf den Thron von Atlantis Poseidonis zu kommen. Das sind alles Punkte, wo die Charaktere plötzlich realisieren, ups, ich muss jetzt ganz schnell irgendwas tun, denn sonst kann mein Leben hier komplett kippen. Und es ist interessant, wie Dan Abnett hier die vier Charaktere, die alle totale Ängste haben hier, unter einen Hut bekommt. Es gibt zwei Charaktere, die gehen damit recht cool um. Das sind Mera und Aquaman. Aquaman ist es mehr oder weniger egal, der nimmt es einfach so, wie es ist. Mera bereitet sich total abgeklärt auf die Situation vor und wappnet sich, wappnet sich für den Moment, dass sie selbst Königin wird. Da müssen wir mal gucken, weil bei der Zeremonie des Königs und der Königin, dass beide wieder den Thron besetzen. Da schreitet sie vor und sagt, Moment, das ist so gar nicht rechtmäßig, denn jetzt auch sie, das ist wieder der Punkt der Emanzipation, hat alles nachgeholt, was Aquaman damals auch gemacht hat. Die Atlantis-Chroniken lesen, die Atlantis-Chronicles und alle Inschriften und so, die dann noch überall in Atlantis rumfliegen, im Poseidonis. Das hat sie alles durchgeschmückt und sagt jetzt, ja Moment, wir können ja gar nicht Königin und König sein, denn dazu müssten wir erst mal Mann und Frau sein. Ich weiß so nicht, ob es da, also was da der Punkt ist, warum sie sagt, dass sie es nicht sind. Gab es nie eine offizielle Hochzeit? War das einfach gegeben? Oder, also das wird jetzt auf jeden Fall ein Eric-Larsen-Ark werden, diese Beziehung zwischen Aquaman und Mera. und ich denke, dass es wirklich um den Streit bezüglich des Throns und der Vormachtstellung geht. Das wäre zumindest das Logischste, aber da lasse ich mich gerne überraschen. Es war jetzt wirklich ein ganz knapper Cliffhanger. Tempest wiederum wird wirklich, Matt verliert die Kontrolle aufgrund dieses Dreizacks. Das löst sich relativ schnell. Wer der größte Verlierer in der Situation ist, ist Kokiak. Denn so schnell kann der gar nicht gucken, dass der hier wirklich wieder auf den Hosenboden gesetzt wird und gesagt wird, Junge, das ist Hochverrat, was du hier gerade machst. Du nimmst den Dreizack und willst, sagt Aquaman in dem Fall, meinen Platz hier als König. Du wirst verbannt und du hast Glück, denn nur weil du der Königssohn bist, schwant dir nicht die Todesstrafe. Das wäre nämlich die eigentliche Strafe für diesen Hochverrat. Also, das ist schon ziemlich hart und der dampft dann auch ab. Könnte man natürlich auch länger ausschreiben, hätte man länger ausschreiben können. Vulko hält sich sehr zurück. Also, das ist wieder eine ganz eklige Art, die man hier Vulko zuschreiben kann, weil der ist überhaupt nicht aufrichtig, der ist hinterrücks, der ist hinterlistig, ganz, ganz schlimme Persönlichkeiten jetzt hier mittlerweile in diesen Heften. Das hat nichts mehr mit Aquamans Vertrauensperson oder Bezugsperson zu tun, das ist einfach nur noch schlimm, was da hinter Aquamans Rücken passiert. Und Koriak ist in dem Fall der Leidtragende, weil er halt komplett manipuliert wurde. Muss man auch mal so sehen. Wenn ihr euch fragt, was mit dem Dritten im Bunde, dem Hohepriester Dardan ist, der wurde von Triton gegrillt. Im Peter David Arc hier noch. Der ist direkt mal gestorben. Also, Fazit, bevor wir Aquaman Reisepause machen. Peter David hat einen enorm unterhaltsamen Run geschrieben, der hinten raus. Dafür, dass er so aufgehalten wurde in seinen kreativen Ideen, war der wirklich noch gut. Muss ich sagen. Da hätte ich jetzt viel weniger erwartet, als ich gewusst habe, okay, der wurde wirklich aufgehalten. Da hat er wirklich noch viel rausgeholt. Ja, das ist nicht mehr so gut wie vorher, die Hefte, aber das hat auch Gründe und dafür hat er es sehr, sehr ordentlich beendet. Und Dan Abnett macht das, was er tun muss. Er leitet über und er macht einen sehr interessanten Plot auf. Wir haben Mera jetzt endlich wieder drin. Mera ist verdammt wichtig für die Aquaman Legacy und jetzt schreit es nach Emanzipation, was auch ein absolut wertvolles Thema dann für diese Volume ist, denn das hatten wir auch noch nicht so wirklich. Dolphin auch immer eine interessante Frauenfigur, die halt aber auch immer wieder zurück in die Ecke gedrängt wurde, die wir lange eigentlich überschritten hatten oder öfter mal überschritten hatten. In dem Fall wird Mera eine noch weitaus gestärktere weibliche Figur in dieser Volume. Und das finde ich ist sauinteressant. Ich freue mich auf Eric Glass. Wir starten dann mit einem Secret Files and Origins, dann machen wir die 50 und dann gehen wir bis zur 75 hoch, wenn wir dann wieder mit der Reise ansetzen. Habe ich wirklich Bock drauf und auch hier steht noch einiges in der Backissue zu. Das war Comic In. Das war der Abschluss zu Peter David. Ein paar Hintergründe. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!